Hallo Freunde, ein bisschen Werbung heute für Allianz. Italien-Urlaub, Sonnenschein, ich kurfte durch Neapel. Erst kreuz und quer, dann mitten rein, in den Tomatenstapel. Wer hat Recht, es gab Tumult, wer wird den Schaden zahlen? Die Allianz begleicht die Schuld, lässt alle widerstrahlen. Denn wer sich Allianz versichert, der ist voll und ganz gesichert. Der schließt vom ersten Augenblick ein Bündnis mit dem Glück. Ein Allianz fürs Leben. Hoffentlich Allianz versichert. Hoffentlich Allianz versichert. Hoffentlich Allianz versichert.